oida was geht ab leute hong hier montag früh mittag und war echt ein langes hartes wochenende vor allem habe ich mir viele gedanken gemacht über das eine thema was mache ich jetzt mit den ganzen fragen zu wie gut sind meine pokémon für mein level ihr wisst das ist eigentlich voll der unsinn und heute werde ich euch erstmal meine pokémon zeigen das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht meine top pokémon das letzte mal war glaube ich nachdem ich level 40 wurde und ich wollte gerade sagen vor kurzem aber das ist jetzt auch schon wieder eine baller bin ich ja zweimal dann 40 geworden hätte ich da eigentlich auch mal wieder zeigen können aber dann geht das passt jetzt ganz gut früher also beim ersten video ging es halt nur um bp habe ich die top pokémon gezeigt wegen bp und das macht ihr ja momentan auch und das hat echt momentan gar keinen sinn mehr mit dem neuen system deswegen zeige ich euch top wp pokémon aber ein bisschen drüber und dann zeige ich euch noch paar andere gute pokémon von mir wichtige pokémon die ich sehr häufig verwende und sowas und welche die ich mir noch heranziehen möchte welche die ich noch entwickeln will welche von denen ich noch mehr haben will pushen will und sowas und dann gehen wir über wie gut sind meine pokémon für mein level was mache ich mit den ganzen einsendungen ich weiß selber noch eigentlich gar nicht das überlege ich mir jetzt werde ich euch meine pokémon zeige so top 9 bzw 12 pokémon erstmal wp technisch als erstes haben wir da mein das mutter 98 prozent ich habe ewigkeiten auf den gewartet das wird auch mein letzter pokémon auf maximus natürlich dann der 93 den habe ich wird gefangen level 30 deswegen war der auch so sagt ich habe den wickel und der war direkt über 3000 ohne zu pushen dann wer hier kam aus irgendeinem red da sieht man es an dem ball und den habe ich halt gebraucht für bis und knüscher und ich dachte der war besser attack und defense beides auf 15 also ich habe den für video entwickelt und gepusht ohne genau nachzuschauen wie viel er wieder hat ich habe mal geschaut beides auf 15 dachte das wäre schon okay aber technisch doch bisschen schwach ihr könnt ihr sehen 93 93 bp und er hat 75 also das waren drei des potas ganz oben dann habe ich drei tragen ganz erst 98 der ist über post und ich habe ein video dazu gemacht wie ich die über post ab als ihr das nachmachen wollt auf eure eigene gefahr beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr ob das aktuell noch ist ob das überhaupt noch geht weil das ist schon eine weile und ab und zu bekomme ich immer noch kommentare die sagen dass die ganz überpusht sind und ich die eigentlich nur auf max gepusht habe ich denke immer noch nicht wie leute das denken können weil der hier der ist max ihr könnt sehen der balken ist weg 35 22 98 prozent und der hier hat mehr als ein hunderter 35 30 ist 100 prozent max und der 35 73 und ihr könnt sehen der power abhalten ist auf wieder runtergeschraubt wurden auf level 1 also zurück gesetzt und trainer level zu niedrig das passiert wenn man einen überpusht und das hier ist glaube ich mein erster dran wie technisch richtig richtig schlecht kann ich einmal zeigen zweitbester satz ich dachte damals weil hp attack und defense ist gut steht da aber ist so der dritte der dritte satz also unter 13 das ist schrecklich werde ich wahrscheinlich auch nicht max pushen aber cool attacken dringplatz und wie gesagt war mein erster das war die zweite reihe da die dritte reihe habe ich auch für ein video gemacht 100 prozent gar das 100 prozent wie zu groß das war glaube ich sogar genau für das letzte video meine stärksten pokémon oder 1 davor zumindest und ein gar das 100 prozent über post könnt ihr wiedersehen das wurde zurückgesetzt und und der hunderte hier ist halt auf max 32 34 und erst über post 32 81 deswegen ist auch stärker als 100 prozent wie zu groß auf max der seinen favoriten status verloren hat gar nicht gut dann kommen wir diese ganzen pokémon die nicht haben aber ich trotzdem gepusht habe für die für das alte agenda system damit ich auf über 3000 und so komme er zum beispiel hier ist glaube ich 98 auf max habe ich auf level 30 durch gefangen mein zweites dran ein bisschen besser aber trotzdem nicht hammer und werde ich auch nicht auf max pushen viele garados weil der preis leistungstechnisch damals echt top war eingelagt so 89 glaube ich wie ihr sehen könnte ich habe auch viele sachen gepusht die jetzt nicht optimal waren schlechte sachen unter 90 prozent also ich habe nicht nur 100 prozent gepusht aber viele sachen einfach nur damit ich die in der arena stellen kann und weit oben bin vor allem garados halt das gehört eigentlich zudem free to play video demnächst irgendwann mal manche checken nicht wie ich free to play sein kann aber trotzdem bei jedem event mit 24 stunden glückseyer spielen kann das liegt daran wie gesagt dass wir reden wir im video und rechnen das auch alles nach aber ich habe seit seit es die map gibt seit november oder so jeden tag bis zum neuen agendasystem update 100 münzen bekommen das sind 3000 münzen im monat das müsst ihr euch vorstellen und dafür habe ich halt auch so schlecht wie pokémon entwickelt und gepusht aquana auch glaube ich eines meiner ersten aquanas über 80 aber weit unter 100 irgendein richtig kraft garados um 27 10 really strong sogar nur also zwei bester satz unter 80 prozent aber hat er über 3000 gehabt und es waren so die bp pokémon so nach dem drago ans diese ab garados bis runter zu garados die habe ich echt nur für bp entwickelt damit ich mich in die arena stellen kann aber jetzt wo bp komplett irrelevant ist habe ich absolut keine verwendung mehr für die dementsprechend sind die ganzen push videos nicht push videos die sind meine pokémon gut für mein level videos und eure bilder wo ihr nur die wps zeigt vollkommen irrelevant und sinnlos weil die ps momentan keine rolle spielen zumindest nicht so wie früher weil die sind alle nutzlos garados dieses ritzer aus drei glocken eigentlich das gelächter auch also den stehe ich ab und zu in aränen aber diese ganzen ritzer ritzer aus und garados komplett sinnlos komplett nutzlos aber jetzt kommen wir zu den pokémon die ich extra herangezogen habe gefarmt habe gepusht hat entwickelt habe für einen sinn ob jana max 100 prozent für machen und länger glaube ich auch 100 prozent gegen aquana wie zu groß nicht wie zu groß ihr wisst für die ganzen vögel gegen flug gegen feuer also geowatz da will ich mir sogar noch ein machen vierwoll internet wollen wir auch zu dritt demnächst schaffen also da kommt auf jeden fall noch einer hinzu ich würde gern 6 machen wäre richtig cool aber ich habe halt nur die drei und ich habe jetzt vor kurzem noch ein 96 gefangen also unter 96 würde ich persönlich kein machen aber ich habe auch luxus also das heißt nicht dass 96 unter schlecht ist aber zwei galaxus ich glaube so wird gefangen wenn dann echt nur ganz ganz wenig gepusht 100 prozent simsala gemachst für gängerei glaube ich und machen mal wie zu groß kaum gepusht glaube ich weil 28 ist bisschen bisschen hoch für und gepusht also ich glaube ich habe den ganz wenig gepusht damit ich in der arena stehen kann weil früher konnte man auch mit 28 den arjen stehen aber dann wird es immer höher 29 dann 3000 dann 3 1 sondern immer so weiter und hätten die das system nicht geändert ich werde mir sicher gewesen irgendwann hätten wir nur noch dran und das wurde in den arjen gesehen dann wäre das limit echt bei 33 35 wer glaube ich das unterste limit gewesen das schwächste pokémon wäre dann glaube ich auch 35 gewesen weil ich habe bereits schon ihr seht ich habe nur einer corner also ich habe bereits voraus gedacht und gesehen er hat waren das viel zu schwach 3000 kriegt er gerade mal das lohnt sich nicht mehr und selbst die garados bei dem wurde schon ziemlich eng also selbst die waren wenn ich mich eingestellt habe 9 8 also höher gegen die nicht mehr aber machen wir mal weiter was habe ich hier sonst noch so ein guck war auch gemacht auch nicht 100 prozent 100 prozent das einfach so entwickelt da habe ich noch entweder kann ich mal demnächst in einem live stream oder so einfach so entwickeln 100 prozent das machen da habe ich auch in 10 wp kappa damit 100 prozent 100 prozent bin sie ja gegen sind aber der war recht sinnlos einfach so weil am übrigen ist 100 prozent blitzer kann man immer gebrochen guten angreifer und ich habe kein gutes ob das wildes grauen also den habe ich nicht gepusht aus praktisch habe ich habe ich auch keine auf max gepusht weil auch bereits heiteria wp technisch für das alte arena system fast nicht mehr verwendbar war kommt auf ich weiß auch nicht mehr ganz genau ich will nicht sagen drei irgendwas und wie er war das schon bereits ein bisschen zu noch also wenn du halt der gab max heiteria eingesetzt hast warst du an zehnter stelle dementsprechend habe ich nie ein gutes halteria gemacht ich habe ich wird gefangen mit 24 oder so und dann ein ganz wenig gepusht nach was 98 habe ich mal zum spaß gepusht für video ansonsten auf der mager entwickelt aber nicht gepusht also ja hier hört eigentlich auch schon auf also da kommt nichts mehr relevantes ich habe mache meist ich habe mir noch keine gute machen meine armee aufgebaut ich habe auch noch 300er die ich entwickeln will und pushen und sowas aber bisher noch keinen gebrauch dafür gehabt aber demnächst bestimmt irgendwann mal und das waren so die pokémon also wie gesagt gewahrts will ich mir eigentlich noch ein paar machen ansonsten die mache meist entwickeln und sonst bei momentan eigentlich nichts und dann bin ich wieder auf sparkurs alles andere ist ungepusht und das reicht eigentlich auch und wie gesagt da diese ganzen garados ich habe es halt für damals echt gebraucht und deswegen bin ich nicht aber momentan brauchst du das halt echt gar nicht das einzige was ich machen will geowats macho mai und das wurde also eigentlich will ich zwölf des broters haben deswegen habe ich momentan auch mit lavi darum 3 nicht 3 6 mit bis knirscher und 6 bis steinkante hat ist noch ein langer weg demnächst bestimmt mehr dazu das sind so meine top pokémon bp technisch früher top jetzt momentan irrelevant und dann paar nützlichen pokémon habe ich euch gezeigt könnt ihr euch nachbauen also werbs jahres und simsalas werden eigentlich auch nicht schlecht 2 koko weiß denke ich mal gleich zwei gute pflanzangreifer wie gesagt hier war zu euch mehr wasser braucht man eigentlich momentan nicht käfer eigentlich auch nicht dann habe ich ein blitzer wenn ihr ein gutes zappt das oder irgendwann mit dem top pokémon so das war es mit meinem top pokémon bp technisch und effizienz technisch was ich so verwende ich hoffe damit ist das thema wie gut sind meine pokémon erst mal abgeschlossen zum thema was ich mit den ganzen einsendungen machen werde ich habe mir überlegt bei einem live stream oder so oder ein langes video demnächst vielleicht sogar heute alle kurz erwähnen ich werde bei den einen fast eigentlich immer nur sagen ist gut für den level macht ihr keine sorgen und so zumindest so dass einfach alle wenigstens erwähnt werden so wie es alle hoffentlich wollen und dann machen wir mit den normalen ascom weiter kann einmal die woche oder so weil für da kommen nicht allzu viele fragen und dann falls aber doch zu viele fragen kommen dann werde ich anfangen nicht alles zu nehmen sondern echt nur noch auszusuchen weil ich habe so viele nachrichten jetzt bekommen und wir kommen immer noch da kann ich echt nicht mehr einfach alles nehmen also da könnt ihr mir nicht einfach alles irgendwas schicken und dann erwarten dass ich dass ihr wieder dran kommt aber auch ich komme dann trotzdem weiterhin coole viele einsendungen von euch freut mich auf jeden fall immer paar sachen zu bekommen alles war's wie man leidens das kann kommentieren check die anderen wie es ab folgt mir auf facebook und twitter um mir wie immer sachen zu schicken und ansonsten vergesst nicht pokémon ist hier ist business